Was geht ab, liebe Leute? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog hier auf meinem Kanal. Ich gehe jetzt gleich nach Stuttgart zu Sascha. Wir sind nämlich verabredet zum Essen. Sascha, Donbi, ich. Ich weiß nicht, ob da noch jemand dabei ist. Ich nehme zwar jetzt die Cam mit, aber ich weiß nicht und ich kann euch nicht versprechen, wie viel ich heute jetzt da vloggen werde, weil Sascha war ja bei Arctic Warrior und da wollen wir natürlich erstmal ein bisschen was essen, dann noch nebenbei was quatschen. Ich bin eh schon zu spät dran. Wir haben schon Viertel vor sieben. Digga, 19.30 Uhr. Ähm, ja, ja, ja. Crazy. Ach so, du vloggst wieder. Was geht ab? Benni, schön, dass wir uns wiedersehen. Ich freue mich tatsächlich sehr. Jetzt mal wieder im Vlog. Letztes Mal hatte ich ja schon erwähnt gehabt, du bist ja nur noch unterwegs, international. Wo warst du jetzt schon wieder? Da aus Paris gekommen. Und jetzt gerade versuche ich, jeden an diesem Tisch zu überzeugen, mit mir am Wochenende nach Barcelona zu gehen. Santos, wie sieht es aus? Ja, lass mal. Geil. Zehn Pranks, die eindeutig zu weit gingen. Ich habe ja noch keinen deutschen Pass. Ja, und zwei weitere Challenges aufgenommen mit Sascha und hinter der Kamera John B., Bro. Ich weiß auch noch, was krass wird. Der Samstagabend wird krass. Ja. Leute, ich kann es nicht glauben und ich fass es nicht. Einfach. Ich bin endlich im Sommer in Heilbronn gelandet. Digga, guck dir mal dieses Meer an. Aber diese Alkohol, sie roste ich hier gerade echt angenehm. Das Wetter hast du doch gescriptet. Das Wetter ist komplett gescriptet. Ey, aber gerade war echt ein heftiger Wind. Aber, Alter, Ron, einfach hier in Heilbronn mit einem Clubauftritt im Music Park. Und ich muss euch wirklich eins sagen, die letzten Tage... Ja, krass, dass du nicht drauf gekommen bist. Wirklich krass. Ich bin enttäuscht. Was denn? Ja, egal, hier Sturm, Wind, Wetterwarnung. Ja, klar, der Tornado ist in Heilbronn. Du brauchst das Roomtour-Erlebnis, oder? Ich brauch jetzt das Roomtour-Erlebnis. Ja, alles klar. Zuallererst werde ich dir einmal diese zwei versiegerten Packungen, Kondome zeigen. Und seid euch bitte alle sehr, sehr bewusst, dass diese zwei versiegelten Packungen, Kondome versiegelt bleiben. Gehst du optimistisch ran an die Sache? Ja, ja, ich würde halt den Händen hängen. Chillout-Location. Okay. Warum ist hier Fernseher voll Fernseher? Ist es vielleicht ein Werbegeschenk? Ich weiß, was ich glaube. Ich glaube, hier war irgendein Psychopath vor mir eingecheckt, der wirklich einfach seinen Monitor mitgenommen hat, weil er zocken wollte. Oh, ich glaube, der hat gestreamt, hier gezockt und hier seinen Chat gelesen. Ja, Online-Kazine, natürlich. Oh mein Gott. Aber warte mal, das ist von dir. Ich mach mal weiter mit der Roomtour. Ach, ist es deins? Ich glaube, das ist das Zimmer, wo Michael Jackson ist. Es geht, glaube, noch früher. Und ich glaube, da ist eines wie dies von der einen Ecke bis zu der anderen Ecke. Und da könnte Michael Jackson auch gewohnt haben. An deiner Stelle würde ich jetzt mal da runtergehen und würde echt mal ein bisschen Stress und Druck machen, was die Scheiße eigentlich soll. Was machen Sie in meinem Zimmer? Spenny, weißt du, was du heute noch nicht wusstest? Was wusste ich denn nicht? Jeder, der das erste Mal bei mir auf dem Auftritt ist, wird auf die Bühne geholt und muss einen Tornado entzünden. Oh nein, 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 nein. Ey, weißt du, wer das schon mal gemacht hat bei mir? Go Park Herford, IG Party. Jens hat mich hochgeholt und meinte, jetzt einen Tornado. Und ich sag so, nein, auf einmal schreien. Das waren ja 3.000 Leute waren ja da an den Armen. Auf einmal 3.000 Leute und ich mach den. Hat nicht funktioniert. Komplett blamiert. Hat einfach gar nicht funktioniert. Komplett blamiert. Ach du Scheiße, Digga! Fendi! 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 Oh nein! Ich kann das nicht! Nein, 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 nein. Ich kann das nicht. Ja, herzlich willkommen in meinem Partykeller hier in Erfmannshausen. Sankt ist es auch dabei. Wir bauen gleich den Billardtisch auf. Ich habe noch einen Drink gemischt. Ich habe viele Freunde heute eingeladen. Fendi, schön, dass du auch da bist. Ey, danke, Mann. Wie viel hast du heute schon getrunken? Ey, du bist eh ein Drecksack, dass du mich immer getrunken in die Vlogs schneidest. Für die Leute, die es nicht wissen, ich habe es auch noch nie erwähnt. Aber Don V, ich hatte mal das Auto von meiner Freundin ausgeliehen. Da waren wir beim Silo-Konzert. Da hat er Fahrerweg getrunken. Da habe ich Don V nach Hause gefahren. Und was ist passiert? Ich sage noch zu ihm, bitte nicht kotzen. Der Junge kotzt das Auto von außen komplett voll. Es ist die Heimwein. Es ist die Heimwein. Nein, nein, nein. Es ist die Heimwein. Nein, nein, nein. Auch den Sitz. Nein, 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 nein. Weil das Auto habe ich von meiner Freundin ausgeliehen. Das ist ihr Auto. Und er hat das Auto komplett außerhalb gekotzt. Okay, Leute, wir machen jetzt ein Bild von Ace. Mal gucken, wie er darauf reagiert. Wir sind jetzt hier in der Moose-Eisen-Bahn. Spendi hat gerade Stress gestartet. Es ist aus dem Flug geflogen leider. Er hat seine Kamera da gelassen. Auf komplett spontan in der U-Bahn. Erstmal fahren wir U-Bahn, was echt schon sehr lange hält. Und wer ist hier? Tüde. Tüde, für dich geht es gleich richtig auf den Rave, oder? Für mich geht es richtig steil gerade. Rave mal kurz. Wir haben hier schon fast eine Wette abgeschlossen, dass ich wahrscheinlich als Einziger nicht reinkommen werde. Sascha meint. Ich werde nicht reinkommen. Ich bin reinkommen. Yeah! Yeah! Hey, was geht ab? Wieso stellt mir jeder diese Frage heute? What the fuck? Ist Ace ein Millionär? Laut Ace ist seine Aussage ja. Was? Bist du Millionär, Ace? Was ist ein Millionär? Millionär ist, wenn du sieben Stechen auf dem Konto bist. Achso, nein, Bro. Stay broke. Das war's dann auch mit diesem Vlog wieder. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog auch wieder gefallen. Falls ja, dann wisst ihr ja Bescheid. Lasst ein Video einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar für den Algorithmus. Und natürlich ein kostenloses Abonnement, würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Spamt jetzt mal bitte die Kommentare voll für den Algorithmus. Lasst es doch mal pushen. Leute, komm, Kuss. Mwah!